Ja, warte mal, tu da raus. Mist, du hast gar keine Ausgangskiste gehabt. Das ist nicht schön. Warte mal, hier... Da. Ich nehme das mal hier raus und tu das mal... da so alles rein. Wenn es irgendwann abgeholt wird. Ja, ich habe inzwischen einen neuen Queen Byte-Ex. Das ist schön. Du bitte so rum. Genau, leg da rein. Du legst da rein. Du tust bitte da rein. Was? Small Byte? So, du bist der Small Byte. Gib die Small Byte und tu sie mal da hin. Kann ich hier motzen? Nein. Ich könnte es noch schneller machen. Aber nö, das kann ruhig alles schön langsam laufen. Damit es auch nicht so viel Strom verbraucht. Es soll ja bloß den Zustand halten, dass wir genug Knochen haben. Das ist mir gerade am wichtigsten. Du legst da rein. Du arbeitest auch wieder. Du arbeitest auch wieder. Du arbeitest auch wieder. Sehr gut. Du zerlegst Könige. Du produzierst schön für Knochen und Schettinen und alles. Gut, 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 gut. Sind jetzt alle wieder angeschlossen. Ich will jetzt nicht in drei Folgen wieder hierherlaufen müssen. Du da siehst nicht so aus, wenn du arbeiten würdest. Wo ist das Problem? Wir haben keine Big Byte Leichen. Stimmt das? Nö, da sind ganz viele. Ach, du hast noch einen Knochen in der Hand. Okay. Ja, sehr gut. Schnellere Fabrik bräuchte ich hier eigentlich, aber das ist okay. Hauptsache sie arbeiten. Grünschips kommen auch wieder. Das ist sehr schön. Strom ist am fließen. Temperatur. 100 Grad. 100 Grad. 100 Grad. 100 Grad. Das ist sehr, sehr schön. Mach die Lampe weg. Das weg. Das weg. Baum weg. Testweise, wenn ich jetzt da wieder was ranhänge, dann springt das wieder runter. Ich glaube schon. Setz mal einfach so einen billigen, so einen Zweier da hinten ran. Guck mal. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Hält sich bei 100 Grad. 100 Grad, 100 Grad, 100 Grad. Okay. Interessant. Bau bitte noch drei davon. Riecht die ab. Aber die werden, sobald der Engpass kommt und sie mehr Wasser verbrauchen, dann könnte es vielleicht von 100 Grad runterspringen. Aber bis dahin, zunk, zunk und zunk. Überall 100 Grad, alles okay. Was ist hier? Du bist 100 Grad. Was? Wollen die mich jetzt veräppeln? Es ist durchgehend überall 100 Grad. Hatte das irgendwas mit diesem Always Day zu tun? Also es kommt mir gerade so vor, als wenn dieses ganze Wassererhitzungsproblem, das wir ja jetzt doch eine ganze Weile hatten. Dass das jetzt plötzlich weg wäre und überall ist wieder alles so gut wie vorher. Ähm. Na gut, ich ignoriere das jetzt erstmal. Bau weiter meine Akkus aus und hoffe, dass sich das alles so weit hält. So, wie viel Eisen haben wir? Wir haben 36.000 sauberes Eisen. Wird sauberes Eisen überhaupt hier verarbeitet irgendwo? Dreckiges Eisen wird da verarbeitet. Was? Du nimmst nur dreckiges Eisen. Ne, du musst jetzt auch langsam mal sauberes Eisen nehmen, sonst kommen wir noch nicht hinterher. Äh. Dipp, 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 dipp. Da, sauberes Eisen. 300 Stück. Shift rechts. Shift links, shift links. So, jetzt müssten alle Roboter fliegen. Zumindest sind es ja viele. Sauberes Eisen ankarren. Den wird der Stromverbrauch gleich in die Höhe schnellen. Wie schaut es aus mit Kupfer? Wir haben 78.000 dreckiges Kupfer. Boah, fangen wir an zu arbeiten. Ja, was sagt der Strom? Strom sagt okay. Akkus setzen. Äh, Akkus setzen. Wo seid ihr? Da seid ihr. So. Schön, Akkus setzen. Damit wir irgendwann so einen großen Puffer haben, dass selbst wenn ein Sniper ankommt und eine halbe Stunde meine Türme wegsnipert nach und nach, dass wir durchgehend genug Strom haben. So, und ich wollte noch Steine klauen irgendwo, wenn es das noch gibt. Wahrscheinlich in der Kiste bei Centafugen. Um daraus Landfill herzustellen. Und, äh, ich hab mir gerade überlegt, dass ich jetzt doch endlich mal die Landfill-Fabrik baue. Unten bei unserer riesigen Fabrikanlage. Ähm, dann fiel mir aber ein, dass dann wieder noch mehr Roboter fliegen müssen und so. Und ich wollte mich ja eigentlich ein bisschen zurückhalten. Und mal im Ernst ein bisschen Steine zur Landfill verarbeiten. Das kann ich auch im Spiel erinnern. So, was mit euch, ihr habt keinen Slutsch mehr. Och, ihr arm, arm, armwesen. So, du machst sauberes Erz. Dreckiges Erz käme normalerweise hier an, aber wird gerade nicht mehr so wirklich gemacht. Zwei Könige. Äh, da. Mist. Ja, gut. Alles Seelesteine. Ja, genau. Dreckiges Eisen kommt nicht mehr so wirklich an. Das müssen wir gleich wieder anschmeißen. Die hatte ich ja genauso weggedreht. Wobei wir jetzt eigentlich erstmal die 36.000 verbrauchen könnten. Was sagst du dazu, Kiste? Du sagst, Kupfer auf keinen Fall wieder hindrehen. Eisen sind 33.000. Das hält eine Ecke. Aber ich kenne mich. Dann wundere ich mich irgendwie in 10 Folgen, warum keine Eisenplatten mehr da sind. Naja, dreh die mal wieder dahin, das ist okay. Und gönn dir die Forschung, die da. Was? Nein. Powerarmor 3? Nein. Stopp. Wo ist meine? Da. Powerarmor MK2. Kann ich jetzt einfach so bauen. Sehr schön. Ich habe noch blaue Chips dabei. Ich habe noch Stahl dabei. Bau eine Powerarmor MK2. Das dauert jetzt ein bisschen, aber gut. Achso, fünf Speedmodule. MK3. Kann ich doch bestimmt hier unten irgendwo rausschnappen. Ja, siehst du mal. Ein paar, ja. So, MK2. MK2. Ja, ich lasse die drin. Ich brauche sie ja doch öfters mal im Inventar um. So. Ich brauche die Speedmodule 1 und die Speedmodule 2 ja doch ab und an im Inventar für diverse Fabriken, die ich aber eigentlich jetzt von Maschinen herstellen lasse. Stimmt. Tu die Einer bitte da rein. Tu die Zweier bitte da rein. Die Dreier bitte da rein. Und den Rest kann ich mitnehmen. So, tu da. Gut, 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 gut. Knack. So, was haben wir? Wir haben Solarzellen noch. Wir haben noch Akkus. Ärmchen. Es werden keine blauen Chips mehr hergestellt. Damit könntest du auch langsam wieder anfangen. Und Engines. Und rote Chips. Sieht so weit alles okay aus. Noch mehr Draht. Noch mehr grüne Chips. Ich habe echt überall das weggedreht. Was? Also das war richtig, ja. Ah, du hast das falsche Ärmchen in der Hand. Schon wieder. Das ist komisch. So, gib mir das ein grüne Ärmchen. Nimm, 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 nimm. Ihr seid alle richtig. Ihr habt eh nicht so viel gearbeitet. Ihr. Macht immer noch nicht das, was verdammt nochmal ihr machen sollt. Da oben war die Kiste. Wir haben also die beiden Repair-Pack-Fabriken. Oder seid ihr schon völlig ausgestattet? Oh. Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung, Roboter. Ist alles gut. Nicht töten. Ähm. Wir haben 300 Atem. Wir haben genug Reparatur-Bots. Und wir haben 600 Repair-Packs. Leider sind das alles advanced. Was jetzt nicht der Plan war. Okay, mache ich das anders. Nimm das normal Repair-Pack hier raus. Repair-Pack, Repair-Pack, Repair-Pack. Dann machst du das Ganze bitte nochmal hier unten. Da. Und du kriegst jetzt die normalen. So haben wir eine Stelle für die advanced, für die guten Roboter. Und eine Stelle mit normalen Repair-Packs für die nicht so guten Roboter. Von denen es aber eigentlich fast keine mehr geben dürfte. Außer halt die, die ich in die Kiste gebrauchen habe. Äh. Ärmchen wäre noch ganz nett. So. Und hier kriegst du mal ganz viele Repair-Packs. So. Okidoki. Was sagt der Strom? Nääääää. Es wird langsam her. Oh, ich hab vergessen auch die zu setzen. So genau. Die dreh ich nicht wieder zurück. Aber die Eisensachen wollte ich zurückdrehen. Und ich wollte Steine holen. Ich... Na gut. Eine Sache hat zur Zeit. Kümmern wir uns erstmal ums Eisen. Da. Oh, warte mal. Wir können doch diese neuen Mining Drills benutzen, ne? Da. Was fehlt da für Stein? Sie ein Muster. Okay. Ich hol jetzt Stein. Da liegt was rum. Hör mal auf, das zu machen. Jo, da ist ein bisschen was an Stein. Ähm. Und dann bau bitte mal den Electric Mining... Wow. Ja. Okay. Bau erstmal die MK2 Power Armor. Dann baust du ganz viele komische kleine Sachen, um dann einen MK2... Drei Drill zu bauen. Und dann will ich gucken, wie viele Module da reinpassen. Und dann arbeiten wir vielleicht nur mit ein, zwei Drills. Die dann aber alle super produktiv sind. Water be gone. Wollte ich auch noch machen. Mach erstmal daraus, bitte. Wir haben keine große Kiste. Ne. Ärgerlich. Okay, bricht das da ab. Warte, bis das eine Modul durch ist. Schmeißt die da irgendwo auf den Boden. Das ist ja alles weg, glaube ich. Oh. Nein. Du bist wichtig gewesen. Entschuldigung. 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 Ähm. Du gehst da runter. Du kommst da hoch. Du gehst da wieder runter. Lauft ihr noch? Ja. Okay. Das war nämlich die Carbon-Geschichte. Die war dezent wichtig. Hau die mal da rein. Damit mein Platz nicht verschwendet wird. Ja. Was macht der Stahltank? Geht so. Aber es kommt wenigstens ein bisschen was. Ja. So. Ich wollte aber eigentlich hier, ne. Oh Gott. Baulänfil. Ist ja nicht so gut, dass es glaube ich ein halbes Inventar hier auf irgendwelchen Fließbändern wegtransportiert wird und ich da nicht hinterherkomme, weil hier überall Rohre sind. Lalalala. F. F. So, ich glaube ich habe die Sachen, die weggetransportiert wurden. Jetzt noch die, die auf dem Boden liegen. Gut. Äh. Und noch mehr Länfil. Daraus bitte großen Länfil machen. Gut. Geht sich sogar auf. Okay. Was wollte ich jetzt? Ah. Ich wollte eine große Kiste bauen. Du. Danach können wir weiter dich bauen. Große Kiste. Große Kiste. Schön. Äh. Die Akkus müssen später noch woanders hin. Aber das ist nicht so wirklich wichtig. Du bist leer. Du kommst mit. Jetzt hast du noch ein paar von meinen Chips. Kommt mit. So. Dann seid ihr immer noch 100 Grad. Jop. Sehr schön. Weg. 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 Boah. Dauert das Ding lange. Also du bist eh leer, ne? Ja. Du auch. Weg. Weg. Du bist auch leer. Weg. Weg. Und hier kommt dann irgendwann diese MK3 Drill hin, wenn wir damit fertig sind. Dann kannst du auch weg. Hier hat jemand kein Strom. Das ist komisch. Gib mir mal das da. Die sollten sie doch eigentlich selbst befüllen. Ah ne, die nicht. Die von den da nach da, die nicht. Okay, ich riskiere es einfach mal. Ich ersetze jetzt die Burner Insurter durch Stromdinger. Das heißt, wenn wir irgendwann mal wirklich wieder Strommangel haben sollten, sollte mein erster Schritt sein, hier hin laufen und die Dinger wieder ersetzen durch Burnerdinger. Und die hier brauchen alle neu. Sorry. Alles voll. Gut. Okay, dann speichere ich jetzt kurz ab. Und nächste Folge kümmern wir uns weiter um die Stromversorgung. Wir rüsten die MK2 Power Rüstung ordentlich aus. Und wir schauen uns den MK3 Drill an. Also bis gleich.